Du kaufst kein Haus. Du kaufst ein gemütliches Büro, ein Fitnessstudio, einen herrlichen Spielplatz, ein Kino und ein Theater, in dem es jeden Tag eine Vorstellung gibt. Du kaufst ein Lieblingsrestaurant und den Ort, an dem man in schwierigen Zeiten näher zusammenrückt. Du kaufst den wichtigsten Ort der Welt. Schwäbisch Hall.